Ja, wir bei Wimtec sehen die Chance darin, dass wir den Markt der Zukunft aufgrund der demografischen Situation, nämlich den Markt der älteren Menschen, mit unseren berührungslosen Armaturen natürlich dementsprechend unterstützen können. Unterstützen im Bereich Hygiene ist gleich Gesundheit. Unterstützen im Bereich Sicherheit, das heißt, dass die Menschen auch in ihren vier Wänden sich sicher hier lebensfroh bewegen können. Und zur Cluster-Szene ist zu sagen, Cluster ist eine Plattform für uns, wo wir hier lernen können, wo wir hier Kooperationen schließen können und wo wir hier auch international größere Geschäftsfelder gemeinsam ansprechen können.